Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Serien 2 und 3rd. Wir haben gerade eben mit dem Hubschrauber Kinsey beschützt. Ja. Und müssen jetzt den neuen Auftrag von Kinsey machen. Ist irgendwo ein Auto. Kinsey, wie ist die Information, die du auf den Deckers bekommst? Es ist kompiliert. Also was ist nächstes? Ich spreche jetzt über den Telefon. Es gibt zu viele Schäden, die du hörst. Warte. Warte. Okay. Warum hat er dich rumgefahren? Du bist gleich jetzt reingesprungen. Das eine Auto ist voll geil. WTF? Voll geil über dich drüber gefahren. Fahr nicht vor, fahr nicht vor. Warum soll ich nicht vorfahren? Achso. Mach du mit deinem... Oh, ich hätte abkürzen müssen. Warte, jetzt können wir uns kaufen. Ich kann das nicht. Du bist nur so früh ausgestiegen, dass du jetzt fahren kannst. Auch. Da ist das Haus. Wo ist denn das? Da siehst du, wärst du mal weitergefahren. Was? Warum? Alter! Ich wollte das Haus kaufen. Ach, da war ein Haus? Hab ich auch gar nicht gesagt oder so. Psch. Psch. Lol. Psch. 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 Da sind alle zu dieser Stadt. Vielleicht weiß ich es. Du bistudos. Ich muss gar nicht reinfangen. Du kannst dein oder weniger st hedge von der Telefon abbasslen. Ich kann dich auch nach dem. Ja, warte, fühl ich es ein bisschen anders FROM haben, sogar zu einem solchen conversation sein. Total so. Wir müssen die natürliche zu nutzen lassen, etwa diesen Display Navajo-Kode. Vurteilen, dass ich die Deckersardi geschah. Natürlich. Die Lacht auf deinem Kind und plötzlich macht sie sehen, wie du es lösst, zu Mossad und dass du die Dominatrix abwürst. Du hast wahrscheinlich eine großartige Verwaltung, damit du mit Conflucht, sich dabei auf Moderatorn schiess. Aber wenn du die Deckers wünschst, wie wirklichum, Da war die alte Frau auf am Anfang. Ja stimmt, wenn man es ganz von Anfang hat, als sie so, lol, was für ein Unglück auftrag. Als die uns kaputt machen wollt. So, töten. Warte, ich hol mir jetzt erstes Haus. Jetzt will ich mir noch holen. Dass wir mehr Bargeld, beziehungsweise ich dann mehr Bargeld bekomme. Ja, schön. So. Dann nehmen wir jetzt Shandy. Wer gibt dich zur Party? Ich bin schon unterwegs. Du hast mein PC immer noch? Nö, jetzt nicht mehr. Gut, ich hab den Pegel jetzt leiser gestellt. Dann niedriger geschaut. Da ist ein Ecosone, das ist zwar nicht mein, aber scheiß drauf. Und, sind die Polizisten schon bei dir? Oh ja. Ich hab ein paar Menschen umgefahren. So um die 30. Und ich hol mir hier den Friendly Fire. Oh, fick dich, fettes Auto. Was hast du gegen fette Autos? Der hat mich grad voll gerammt. Während ich Geisterfahrer... Oh Gott, mein Auto brennt! Während du Geisterfahrer gespielt hast? Ja. John hat mir das nächste Auto geklaut. Ich hab einen Ecosone, der ist da rumgefahren. What the fuck? Hat dein Auto auch gebrannt? Nee, aber ich bin grad über ein Auto drüber gefahren. Okay. Oh, da war ein Leichenwagen. Oh mein Gott, Autos, was macht ihr? Ihr müsst mir ausweichen. Nicht gegen mich fahren. Nicht gegen mich fahren! What the fuck? Da ist ein Helikopter bei mir. Das war vorhin die ganze Zeit bei mir, da ist jetzt weg. Dein Auto müsste es bald anfangen zu brennen. Oh, ich hätte schon längst abfahren müssen, kann sein. Meine Motorhaube ist offen. Scheiße, ich hätte schon längst abfahren müssen. Boah, bist du, Noob eh. Hätte ich mal ein besseres Navi gehabt. Bin da. Ach, na dann. Ich bin voll durch ne Bank gefahren. Durch so ne Sitzbank. Cool. Okay. Johnny is dead. And you're throwing a fucking party. Oh, when you see it like that? Sure sound bad. I was settled up in a human pony show. Would you see me crying about a little girl? I swear to God, I will shove that thing down your throat. Oh. Woah, Shandy! We can't mourn Gat forever. Eventually, you gotta get back on the horse. No offense, brother. He's right. Whatever. Girl, life is for the living and shit! You know what I'm sayin'? What's up, girl? What's up, girl? Mmm. Mmm. LOL. Voll in die Fresse. Kennst du dieses von Peter von Family Guy? Bang! Voll in die Fresse! Bang! Jetzt hab ich die ganze Zeit Peter in meinem Kopf, gell? Wie der macht? Bang! Voll in die Fresse! Äh, welche Waffe die da? Ich weiß gar nicht, wer... wer Saints-Leute sind und wer... Nutten? Da ist noch Nutte! Ich seh sie! Da, die brennt jetzt! Die brennt die Nutte! Ich brenne auch! Ja, du bist ja die Nutte! Der Einzige, der die Nutte ist, bist du! Hahaha! Gar nicht! Und wenn, dann bin ich so eine Edelnutte! Das ist eine Edelnutte! Eine die teurer ist oder so? Weiß ich nicht! Was? Was? Rob hält wie die komische Nutte mit Grille hier draußen steht! Alter! What the fuck? Die spawnen immer wieder! Ja, die spawnen wirklich immer wieder! Ups! Hier sind ja auch Dinge drinnen! Wer ist down? 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 Piers! Piers ist der, der immer down geht! Der ist durch eine Nubi! Piers oder du? Du! Ich stand gar nicht zur Auswahl! Doch! Haben wir hier auch eine Schrotflinte? Ja! Ich hab das Gefühl, die ist ein bisschen... WTF! Warum ist das grad rot? Ich versorge dir einen Scharfschüpfchen, oder? Ach doch, die Türen sind was für Mainstream, Leute. Du hättest dir einfach die Glasscheibe kaputt schießen sollen. Oh, wie cool. Das ist ja mal ein geiler Auftrag. Boah, ich hab doch voll in den Kopf geschossen. So, wo sind die noch? What the fuck? What the fuck? Man kann ja Generatoren kaputt machen, ich hab'n Elektroschock. So, wo ist die Bitch, die mich abgeschossen hat? What the fuck? Begebt dich zum Wartungsraum. Okay, und jetzt? Da hinten hin. Schalte den Strom wieder ein. We have Strom! Ach, wirklich? Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt. Ach, komm. Ach, hier. Donnick? Ja? Bleib mal kurz stehen. Warum? Willst du das erste hat dran? Nein, ich will das gar nicht haben. Weil der wagt voll. Komm mal kurz her. This girl is on fire. So. Alter. Ich werd' angegriffen. Mach die. Wehe, die Mission startet's nochmal neu, gell. Ah, du bist ja noch hier oben. Ich hab' das ganz runtergefallen. Alter. Alter. Bist du irgendwie dumm oder so? So, wo ist jetzt hier der Hubschrauber? Boah, fick dich, Pien. Alter, fick dich Hubschrauber. Hubschrauber. Boah. Alter. Äh. Piers ist tot. Nice. Hubschrauber. Hubschrauber. Ladies, it was a pretty shitplan. Tell me something, Matt. Did you have a plan? How about you, Eddie? There's a reason Philippe left the thinking to us. We're done here. Hubschrauber. What the fuck? Heh. Relax. You only need one of them. Viola. Your sun is setting. But it's not too late. Wie wir WTF-Volgleichzeitig gesagt haben. Das ist der Anführerin von den Lachador. Ich weiß, von den Lachadors. Okay, geschafft. What the fuck, die die einfach mal mit einem angetötet hat. Aber mach ich dich. Die Musik, voll episch. Oh, da hab ich grad wieder deinen PC gehört. Heul doch. Simons haben wir. Ne, wir haben keine Zeit mehr für den Auftrag. Ich guck mal die Verbesserung an. Ja, gute Idee. Gesundheit kann ich mal verbessern. Bonus Respekt. Warum sagt mir keiner, dass es das gibt? Das hab ich auch gemacht. Okay, ich mach Gesundheit erstmal hoch. Ich hab wieder den Schaden weggemacht. Wieder den Schaden weggemacht. Also bisschen Schaden, Verringerung. Hm. Warte, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 1.000. Hier kostet ein Ding 1.000. Dann fliege schnell zu dem Ding. Mit einem Hexenbesen. Kommst du mit? Wohin? Zu einer Immobilie. Die kann ich mir noch kaufen. Und dann bin ich pleite. Ja. Da ist Salem. Geile Hexenbesen. Etwas versperrt den Weg. Ja, ich bin weg. Du hast keinen Hexenbesen genommen. Ich wollte auch keinen Hexenbesen. Aber Hexenbesen sind viel cooler. Wo müssen wir hin? Ich folg dir. Hier. Wo bist du? Komm zu mir. Alter. 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 Nein, nein, nein. Überleben. Kacke, wir hätten es erst nächste Folge machen sollen. Egal, dann würde ich sagen. Seht ihr, wie es weitergeht. Nächste Folge. Lukas, hör auf. Aua. Bye, bye. Tschüss.